Die Zukunft fängt zu Hause an und das ist mein Zuhause. Helmstedt, Niedersachsen, eine Stadt, eine Region, mitten im Strukturwandel. Und hier gestalte ich Politik. Als Ratsvorsitzende der Stadt Helmstedt, als Kreistagsmitglied und als CDU-Kreisvorsitzende. Für eine gute Zukunft müssen wir uns vor Ort immer wieder neu erfinden und bitten um Unterstützung von Bund und Land. Und erfolgsversprechende Programme, die gibt es. Erfolgreich können diese aber nur sein, wenn sie in einem Miteinander praxistauglich ausgestaltet und umgesetzt sind. Dafür setze ich mich zielgerichtet ein im Bundesfachausschuss Stadt und Land gleichwertige Lebensverhältnisse. Gerne würde ich den Weg unserer CDU im Bundesvorstand weiter mit begleiten. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017